Anrufung Der höchste Herr, der im Ohm repräsentiert ist, ist perfekt und vollkommen. Weil er perfekt und vollkommen ist, tragen die Dinge, die von ihm hervorgebracht werden, selbst die materielle Schöpfung, ebenfalls diese Vollkommenheit in sich. Obwohl unendlich viele Emanationen von ihm ausgehen, bleibt er noch immer genau vollkommen derselbe in seiner Ganzheit. Krishna sagt in der Gita 7.8, 9.17, 10.25 Dass er die heilige Silbe Om sei. Aus der Fülle Gottes geht nur wieder Fülle aus. Aus der Unbegrenztheit entspringt Unbegrenztheit. Auch wenn unendlich viel von ihm ausgeht, bleibt er die unerschöpfliche absolute Quelle, die nie gemindert ist. Wenn ich vom Unendlichen unendlich viel subtrahiere, bleibt immer noch das Unendliche übrig. Er ist perfekt und vollständig. Und alles, was von ihm ausgeht, widerspiegelt diese Perfektion und seine Ganzheit, selbst die materielle Welt. Wenn man diese Welt nicht länger von ihrem Ursprung isoliert, wird sie transparent für ihn. Dann wird sie erst einmal Hinweis auf ihn und dann später Udi Pana, Anstoß zur Erinnerung an ihn. Die Natur hat vollständige Vorsorge für unseren Erhalt getroffen. Außerhalb vom Vollkommenen versucht der Mensch, sich aufzufüllen und ein erfülltes Leben zu suchen. Mangel und Angst sind nur Symptome, sich von diesem vollkommenen Ganzen abgetrennt zu haben. Die absolute Wahrheit ist vollständig. Pana Wenn man der absoluten Wahrheit ihre Individualität abspricht, reduziert man sie. Wenn man sie für formlos und wunschlos hält und glaubt, sie sei ohne Freude, ohne Eltern, ohne Geliebten, erhält man eine dementsprechende Resonanz. Und man erlebt keinen Austausch, sondern spirituelle Einsamkeit. Brahman Gott ist nicht so reduziert, sondern ist alles in Unbegrenztheit. Die Form wird in dieser Welt als etwas Eingegrenztes wahrgenommen. Aber die absolute Wahrheit ist unbegrenzt und unlimitiert. Nichts ist eingeschränkt an ihr. Aber gerade die Aussage, dass die absolute Wahrheit keine Form hätte, ist eine Limitation. Wir haben eine Erfahrung von Form, welche eingeschränkt und limitiert ist. Wenn man an einem Ort ist, kann man nicht gleichzeitig an einem anderen sein. Aber Gottes Gestalt ist unlimitiert, ist transzendental. Sie ist überall gegenwärtig und vereint die Gegensätze in sich. Er ist nicht nur der Ur-Erste, sondern gleichzeitig auch ewig frisch und jung. Er hat Millionen von ewigen spirituellen Gestalten in den Vaikuntha-Dimensionen, ist aber doch immer der eine. Sri Krishna ist unendlich weit entfernt und doch gegenwärtiger und näher als alles um einen herum. Er kann lächelnd vor seinem Bhakta erscheinen, ist aber gleichzeitig außerhalb des Universums und innerhalb des Universums in jedem einzelnen Atom und alldurchdringend. Seine Gestalt ist Ajintya Guna Svarupam, unerdenkbar. Von unserer Erfahrung der Form, als etwas Eingeschränktem auf die Gestalt von Gott zu schließen und sie dann als limitiert zu verstehen, Anthropomorphismus, die Projektion einer menschlichen Erfahrung auf Gott. Damit erlangt man nie die heilige Dimension, sondern verstrickt sich im Glauben an Gottes Führung nur in die Dualität der äußeren Welt. Diese Projektion stellt Götzendienst dar, die Huldigung eines Bildes, welches in der Imagination des Menschen entstanden ist. In seiner Vollständigkeit ist Gott sowohl Brahman, alldurchdringende Energie und Einheit, als auch individuelles Sein. Wenn man nicht beide Aspekte immer gleichzeitig betrachtet, erhält man eine unbalancierte Schau zum Absoluten hin. Das Thema der Vollständigkeit, der Freiheit von Mangel, des Getragenseins in Sorglosigkeit und des Vorhandenseins der Fülle in der Wahrheit ist das zentrale Thema der Isopanishad. Die Wahrnehmung von Unvollständigkeit wird nur aufgrund des eigenen unvollständigen Verständnisses des vollständigen Ganzen erfahren. Wenn einem auf dem inneren Weg die gesamte Dimension des Loslassens bewusst wird, erschreckt es einen zuerst einmal. Solange seine innere Realität diejenige eines Mangels ist, wird man schwer zu überzeugen sein, das letzte Hemd herzugeben. Die ganze Organisation des identifizierten Ichs ist immer auf Mangel hingelenkt. Denn das Ich lebt in einer Welt, in der es effektiv an Liebe und Wahrheit mangelt. Erst im Hineinfallen in die freudvolle Einfachheit, dass ich als Seele ja immer schon in der Aufgehobenheit Gottes lebte, erübrigt das Empfinden eigener Unvollständigkeit. Dann kann alles aus der Fülle heraus losgelassen werden. Das ist ein realitätstaugliches Leben in einer vergänglichen Welt. Wenn man das Vollständige wirklich erlangen möchte, dann wird er von innen her vollständig den Weg zu ihm beleuchten und die von ihm ermöglichte Dunkelheit, welche von der individuellen Seele gewollt war, beenden. Das vollständige Ganze kann man auch als den Mittelpunkt von allem betrachten. Die Mitte ist mehr als nur ein geometrischer Punkt. Wenn die Mitte fehlt, existiert keine Ordnung, keine Orientierung. Alles ist durcheinander, wenn die Mitte fehlt. Im Verständnis des Vollständigen wird alles auf ihn hinbezogen und dadurch erhält alles Harmonie. Alles dreht sich um die Mitte. Es ist der Punkt, der stehen bleibt, wenn sich alles dreht. Körper entstehen und vergehen. Das Wesentliche, die Mitte, die Seele aller Existenz, bleibt unverändert. Der Mittelpunkt verleiht allen Dingen das Gleichgewicht. Die Not des Menschen ist seine Mitte Losigkeit. Viele denken versehentlich, es sei die Mitte Losigkeit. Alles ist durcheinander, wenn die Mitte fehlt. Wenn man bei einem Rad die Achse nicht ins Zentrum setzt, also nicht an den gegebenen, sondern an einen willkürlich gesetzten Platz, so holpert es. Es kommt nicht in Bewegung, in Gang, weil ihr das Moment fehlt, das es beweglich macht, die Mitte. Die Mitte Losigkeit lässt einen erstarren. Wenn im Leben eine willkürliche Mitte gesetzt wird und nicht die kreatürliche Mitte Gottes, um welche sich alles Leben dreht, als Zentrum akzeptiert, taucht als Folge davon abschweifende und wilde Gedanken auf. Die erfahrene Unruhe ist nur ein Symptom, ein selbstgewähltes Zentrum gesetzt zu haben und nicht das bereits existierende, Sri Krishna, die allumfassende Wirklichkeit. Umgekehrt gibt es so vieles, das Anspruch erhebt, Mitte zu sein für den Menschen. Vieles wird einem aufgedrängt. Im Kräftefeld von vielen Mitten, dieses Wort gibt es nicht im Plural, treibt es den Menschen letztlich in den Agnosticismus, in den Unglauben an die Mitte. Der Mensch aber braucht die Mitte. Er kann sie aus sich selbst heraus nicht erzeugen. Und wenn er sich dann einfach selber zur Mitte macht, zum Maß aller Dinge, dann kommt er nicht in Drehung und Fahrt, sondern ins Schleudern. Wer ins Schleudern kommt, erlebt, dass er eine falsche Mitte, das heißt, keine Mitte hat. Je entfernte man von der Mitte ist, desto wilder wirbeln einen die Geschehnisse herum. Je mehr ich auf die Mitte hinzugehe, desto ruhiger wird es. Die Mitte ist der Punkt, der ruht, auch wenn sich alles bewegt. Unser Zustand der Verlorenheit außerhalb der Mitte ist Krishna nicht gleichgültig. Er interveniert. Er schickt aus dem Reich der Mitte jemanden zu uns, um uns auf die Mitte hinzuweisen. Den Mittler. Denn im Kraftfeld der Mitte bekommen alle ihre wahre Richtung. Eigentlich sind wir auf die Mitte hin angelegt. All unsere Impulse, Wünsche und Antriebe suchen, wenn man sie zu Ende denkt, nichts anderes als Krishna. Wenn man so ein gemittetes Lebewesen ist, vermag einen kein Geschehen ist der Welt mehr, die unzerstörbare Freude zu beeinträchtigen. Religion ist der Pfad zur Mitte hin. Alle Sehnsucht zielt hin zum Ganzen. Von Sri Krishna gehen unzählige Gottesformen aus, die alle perfekt sind. Er und seine Shakti, die von ihm ausgehende Kraft, sind nicht verschieden. Die Adya, ursprüngliche Shakti, ist Srimati Radharani. Von ihr gehen unzählige Erweiterungen aus, Königinnen in Dvarak, Sita in Ayodhya, Lakshmis in Vaikuntha und auch Durga, die materiellen Welten. Dennoch bleibt auch sie vollkommen unberührt und ganz. In den ersten beiden Versen wird nun erklärt, wie sich die Perfektion Gottes in der materiellen Schöpfung widerspiegelt, in Form von Vorkehrungen, die es dem Lebewesen ermöglichen, sich in der Welt zu erhalten und spirituelles Bewusstsein zu entfalten und auch glücklich in dieser Welt zu leben. Was ist nun die Position des Einzelnen in dieser Arrangierung von Gottes Vollständigkeit?